Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir bringen den Geschmack des Mappenzollerlandes in unsere Sirup und die Punsch. Der Flaudensirup und der Flaudenpunsch sind das ganze Jahr fein. Die Kräutchen kommen bei uns durch einen Zauber zu ihren Kräften. Das ist verrückt. Aber sie müssen uns schon nichts anzuglauben. Hingegen, was wir ihnen hier zeigen, ist ganz real. Und die Flaudenkräutchen wären von Hand gepflückt und drückt. Mit dem Flaudenzauber wäre die Holdenblüte in der Manufaktur von unseren Einzelmännchen aufgekocht. Die Obamitarbeiter filtrieren den Sirup, lassen ihn dann noch etwas köcheln und füllen ihn ab. Jede Flasche wird von Hand angeschrieben und damit auch die Verantwortung für die gute Qualität übernommen. Den Flaudensirup kann man übrigens wunderbar verschenken. Und sind wir mit anderen Manufakturprodukten in den Wanden gedrücken. Zauberenblüte 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 Zauberenblüte